Weg. So. Kannst du die jetzt mal bitte wegschießen? Bevor da gleich irgendjemand dran kommt. Eben eine Mod hat's erwischt. Und die halbe Karte irgendwie. Was ist denn hier drin? Nichts. Die können doch noch zaubern. Der ist ja scheiße. Hallo. Ach, so ein Walwurm wieder. Wow. Wow, was war das denn? So, der Wurm macht Ulora so viel Schaden. Ich dachte schon. Hm, hm. Halb so wild, halb so wild. Ein verzauberter Stab. Ja, das ist ja was ganz Neues. Mörr. Okay. Handschuhe werden aufgenommen. Genauso wie alles, was hier ist. Oh, da hätten wir schon wieder einen Golem. Da freue ich mich ja mal nicht drauf. Wenn ich die Golems sehe... Oh. Ein Nahkampffähigkeitenpunkt und ein Mana pro Treffer wird gestohlen. Heißt das, dass das Ziel auch Mana haben muss? Gute Frage. So, heilen wir mal durch. Ulora braucht ja nur ein Heil und ist Overhealed. So. Was wartet da noch auf uns? Ein Skorpion. Mindestens einer. Das andere sehe ich nicht. Doch, noch mehr Skorpione. Ah, wir müssen erst den Golem wegbrezen hier. Boah, die Klinge macht ja mal übelsten Schaden. Wenn sie treffen würde. Jetzt trifft doch mal... Schwerer Schuppenpanzer? Oh, bitte lass der Stock den tragen können, ey. Der wird ihm bestimmt gut, äh... Gute Verteidigungspunkte dazugeben. Habe ich so im Gefühl. So, wir holen uns nochmal in den Skorpion. Hier unten da hinten. Komm mal ran. Na komm. Da hinten sind wieder Koks. Plünderer. Ja, das sind ja die läppigen Versionen. Ähm... Ich habe 38. Was kann die? Ah, ich kann es nicht tragen. Nein, warum? Ah, mein Haltrank. So. So. So, ich will wissen, was... Passt nicht in das Inventar? Ach, du Scheiße. Das ist so ein Riesenteil. Na, Esel. Bitteschön. Und... Bitteschön. Was fehlt uns denn dafür, bitte? Stärke 17. Wie soll ich denn da dran... Oh, ich bin da fast dabei. Ha. Okay. Die möchte ich aber doch ganz gerne tragen, ey. So, dann nehmt ihr mir nochmal das Gewand da auf. Hier war nichts zum Kaputtmachen. Nö. Okay. Das heißt, weiter geht's. Da hinten ist noch eine Truhe. Da unten wohnt. Was kann das Ding denn? 73 Verteidigung. Scheiße. Die hätte ich doch schon gerne, ey. Deshalb brauche ich jetzt echt viel Stärke. Eine dünne Haube. Okay. Das nehmt mal ihr alles mit. Das auch. Gucken wir mal hier rein. Oh, nur Schrott, ey. Braucht doch keine Sau. Oh, was wartet da? Oh, super. Egal. Das sind nur Plünderer. Die werden mit einem Schlag weggebrezt. Hörst du jetzt auf? Hey du. Hey du. Hey du. Da warten wieder Lederhandschuhe auf uns. Mhm. Super. Wiedererwecken Schriftrolle. Super. Davon können wir nicht genug haben. So. Ein Gesundheitstrank. Den nehme ich nicht auf, weil ich ihn nicht tragen kann. So. Und ich sehe auch schon, wie der Esel sich ebenfalls füllt. Wunderbar. Ich hoffe, wir kommen auch bald wieder raus. Was haben wir denn hier? Das sieht irgendwie komisch aus. Hallo. Alter, Grupp so ohne Ende. Scheiße. Ähm. Na, ziehen wir erst mal die Gruppe da raus. Kru. 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 Wenn der so öfters treffen würde, wäre das Spiel nur halb so schwer, habe ich das Gefühl. Schwächen. Ulora wird jetzt noch die Heilerin Ist mir scheißegal Ich glaube, wenn sie ein bisschen mehr Punkte auf den Zauber hat, dann funktioniert das auch ein bisschen besser So, jetzt holen wir uns die Finzlinge da hinten Ah, gegen solche Mobgruppen geht das mit dem Heilen Also, da kriegen die mich, glaube ich, nie tot Es sei denn, Ulora hat kein Mana mehr, so wie jetzt gleich Man sollst einfach mal einen Mana-Trank trinken, würde ich mal sagen So Bemalter Schild Den könnte Destruck doch bestimmt tragen Oh, eine verzauberte Kutte Mann, so viel guter Kram Wo ist der Esel? Da hinten Du, komm mal her Eine verzauberte dünne Haube Ich habe gar nicht gesehen, dass die gedroppt wurde Verzauberter Kram ist immer ganz cool, weil Da könnten interessante Sachen drin sein Die hat schon mal drei Rüstungspunkte plus noch Der hat sieben Gesundheitspunkte Und die hat siebzehn Gesundheitspunkte Jetzt ist die Frage, was hat sie denn eigentlich? Nietenleder mit achtzehn Das heißt, die bekommt jetzt einfach mal Das Ding ins da Und Destruck Oh, der hat ja auch schon eine verzauberte Sieben Gesundheitspunkte Brauchen wir nicht, wir brauchen Verteidigung So Das wird abgelegt Fordert Stärke 14 Stärke? Ja doch Gut, das heißt, das bekommt Destruck auch Ist, glaube ich, besser als das hier So, das wird getragen Das wird getragen Und das wird getragen Und das wird getragen Wunderbar Neu ausgestattet Weiter geht's Destruck ist nur aufgeladen Für 100 nur noch Gut Destruck braucht ja eh kein Mana Von daher Scheiß, die Wand da Ist das egal So Weiter geht's Die nächste Gruppe wird gepult Was ist das denn? Ein Kruxsoldat Ist ein alter Hut Nein Oh, das ist irgendwann noch durchgekommen Scheiße Kannst du einen Mana-Trank tragen? Nein Also muss der Esel wieder ran Aber da passt doch bestimmt noch Ein Mana-Trank rein Was befindet sich denn dahinter? Oh, das ist Rock Oh mein Gott Wirklich? Ernsthaft? Alter Und wie geht's euch heute so? Dankeschön Ich kann's nicht sehen Ach, Motten Motten Ich hab zu viel Angst vor dem Typen da Komm mal ran Jo, und bring mal deine Freunde mit Oh mein Gott Schwedert sechs Oder wie viel Wandert? Sechs Sechs Wächter Schneller Ich würde jetzt unbedingt Ungerne einen Heiltank nehmen, ey Aber wird, glaub ich, Zeit, Alter Alter Schwede Scheißviecher Ganz ehrlich Ich hasse die Kann nicht getragen werden Dann nimm doch Du das, Esel So, jetzt holen wir uns eben schnell die Motte da drinnen Und die Skorpione Ne, es sind nur Motten Ist ja auch was Interessantes für mich drinnen Natürlich nicht Völlig umsonst hier reingerannt Kacke Stärke Läuft langsam, aber stetig hoch Den da werden wir jetzt in Falle stellen Tja, bei meinem Glück Alter Ernsthaft? Die laufen da gerade vorbei Das war ganz ehrlich Der schlechteste Schütze der Welt Jetzt probieren wir wahrscheinlich die ganzen Hunde Nein, nur einen Das geht ja noch Komisch, dass Sessorac irgendwie nur Aggro kriegt Wenn er angegriffen wird Echt toll Esel Mach bitte einen Bogen Weißt du, sonst rennen sie ja immer an den Gegnern vorbei Jetzt hat er irgendwie so aus, als würde er direkt reinrennen wollen Hihi, hallo Wie geht's euch, Leute? Ich höre Motten oder Skorpione Ich kann aber nichts sehen Oh, wunderschön Oh mein Gott Scheiß Skorpionen Die Esel sollen den Kram da aufnehmen Jetzt nimm den Gesundheitsdrang Und halt die Fresse Okay War das alles, was hier drin ist? Ne Wollte schon sagen Ach du Scheiße Ein ganzes Komitee wartet hier auf uns Alter, macht die Motte so viel Schaden? Offenbar sind es die Finsterlinge, die so viel Schaden machen Wenn es viele sind, dann Machen die doch ganz schön viel Schaden Habe ich irgendwie so ein Gefühl gerade Yay Death Rock Stufe 12 im Nahkampf erreicht Aber noch keine Stärke 17 Mach weiter Death Rock Los Schwierter verzauberte Sachen Esel Guck mal was das ist Guck mal da Oh, das kann Death Rock sogar eben in die Hand nehmen 20 Mana-Punkte brauche ich nicht Was hat sie? 12 Mana-Punkte Ja, geil Dann kriegt sie das doch einfach Ah Oh mein Gott So, du nimmst das Amulett der Erfrischung Eigentlich wäre ein Stab auch ganz cool für sie Kann sie denn irgendeinen tragen? 11, 13, 12 Kriegst du den? Ja Irgendwann breche ich nochmal, glaube ich So Der Rest Wird aufgeteilt unter den Leuten, die es tragen können Noch ein Schuppenpanzer? Habt ihr das richtig gesehen? Tatsache Nimm mich gerne Schuppenpanzer sind geil Ich freu mich auch schon, wenn der es doch den tragen kann Ganz ehrlich Hätte ich gewusst, dass das hier so weitläufig ist Dann wäre ich erst durch die Tür gegangen Den finde ich auch gleich nie wieder Ähm Da sind zwei Sachen zum kaputt machen Ein verbogener Stab Den, ganz ehrlich, den nehme ich jetzt nicht mit Hier sieht es wieder nach Wurm aus Oder auch nicht Da ist ein Golem Und da ist ein Golem Wo wir uns erstmal den Ja, ja, ja Da ist so ein Schreiendingens Aber wenn der so zuschlägt Dann tut es aber auch richtig weh, ey Eieiei Alter, wie viele Treff doch einfach mal, ey Ganz ehrlich Fünf Millionen mal daneben schießen Ich habe mir jetzt übrigens überlegt Ob ich die Folgenlänge von Ein Schildkrötenschild Ob ich die Folgenlänge von Dungeon Siege verdoppeln soll Auch eine halbe Stunde Weil ganz ehrlich Äh, sonst sitze ich hier noch bis 2020 dran Ja Ist also Da sind wieder ein paar Zauber Die wir noch nicht kennen Zumindest der Schlag Ne, und eine halbe Eine halbe Stunde ist ja wohl verträglich Ich Wenn ich hier Äh Dungeon Siege zocke Dann Spiele ich auch sowieso so meistens Weiß ich nicht Zwei Stunden, drei Stunden Zum Nehendreh Schildkrötenschild Schildkrötenschild Vielen Dank.